Vizekanzler Robert Habeck, Superminister für Wirtschaft und Klimaschutz angekommen, auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner politischen Karriere. Ja, und hier stellt er gestern seinen Klimaplan vor und beginnt mit der Erkenntnis, die Energiewende steht auf der Kippe. Es muss enormes Tempo gemacht werden, um die Ziele zu erreichen. Die Folge, Gegenwind von allen Seiten. Einerseits von Klimaschützern, denen die Pläne nicht weit genug gehen. Wirtschaftsverbände wiederum fragen, wer soll das bezahlen? Der Superminister zwischen allen Fronten oder anders gesagt, Haue für Habeck. Und stellvertretend für diese zwei Fronten sind uns jetzt zugeschaltet der Journalist Alexander Kissler von der Neuen Zürcher Zeitung und der Unternehmer Amir Rougani. Hallo an Sie beide. Schönen guten Morgen. Einen drastischen Rückstand beim Klimaschutz will Robert Habeck mit einem Sofortprogramm kontern. Gestern legte der Wirtschaftsminister seine Pläne da. Was kommt auf Deutschland zu, Herr Kissler? Naja, er spricht ja selbst von einer großen, gigantischen Transformation, die in alle gesellschaftlichen Bereiche eingreifen werde. Und das ist auch so. Also da werden eigentlich keine Gefangenen mehr gemacht. Es sollen 100.000 neue E-Ladestationen pro Jahr hinzukommen. Pro Jahr. Auf jedes neue Dach von Firmen soll eine Voltaikanlage kommen. Bei Privaten nicht zwingend, aber doch die Regel sein. Und es wird vor allen Dingen etwas stattfinden, was man heute eigentlich nur als ambitioniert oder sogar tollkühn bezeichnen soll. Bis 2030 soll der Anteil der regenerierbaren Energien, der energiebaren Energieträger, auf 80 Prozent ansteigen. Ich habe mal nachgeguckt, gestern Abend waren es 25 Prozent. Gestern Abend kamen also in Deutschland 25 Prozent unseres Energiebedarfs aus regenerierbaren Quellen. Im Schnitt waren es im letzten Jahr gut 40 Prozent. Und das soll sich nun verdoppeln oder vervierfachen innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt. Das ist eine wirklich hoch, hoch riskante Wette. Und es kann sein, dass Gesellschaft wie Wirtschaft einen sehr hohen Preis zahlen werden. Herr Rogani, Sie sind nicht nur Unternehmer, sondern auch Wirtschaftsingenieur in der Fachrichtung Umweltmanagement. Welche Note würden Sie Habecks Sofortprogramm geben? Also ich würde die Note für Habeck im Kontext der bisherigen Minister darstellen, damit auch eine Referenz für die Zuschauerinnen da ist. Und da würde ich sagen, wenn ich die 16 Jahre zurückgehe, hat der Minister Röttgen damals eine 5- verdient. Danach Rösler eine 6, Gabriel ebenfalls eine 5- und Altmaier eine 6. Und Habeck würde ich jetzt eine 2 geben. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass die bisherigen Minister in den letzten 16 Jahren gar keinen Ausbauplan oder Ausbauziel hatten. Vielmehr ging es darum, den Ausbau zu verhindern und möglicherweise auch zu reduzieren, in deutlich geringeren Maßen voranzubringen. Und ich habe beim Habeck das Gefühl, dass er mit diesem Vorstoß das, was notwendig ist und zwingend erforderlich ist, umsetzt. Und einiges, was in den letzten Jahren oder vieles, was liegen geblieben ist, aufholen muss. Er hat keine einfache Aufgabe. Und vor dieser Herausforderung, vor der er steht, würde ich ihm auf jeden Fall eine 2 geben, weil er auch mit einer neuen Haltung und wirklich mit einem Gesamtplan jetzt da rangeht und die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts dann auch in dem Kontext umsetzt, die Koalitionsvereinbarung umsetzt. Und ich habe im Gegensatz zu Ihnen heute früh in der Presse durchaus auch vom BDI positive Rückmeldungen bekommen, auch vom Bundesverband der Energiewirtschaft positive Rückmeldungen bekommen. Also so negativ, wie Sie es vorhin dargestellt haben, habe ich es heute früh nicht gelesen. Nun haben die Grünen auf den Ruf, realitätsfern zu sein. Ist das Sofortprogramm denn praktikabel, Herr Kistler? Da möchte ich eben ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran machen. Ich habe es ja eben schon gesagt, Verdoppelung oder Vervierfachung der regenerativen Energien bis 2030. Dann diese enorme, wie man schön sagt, Verspargelung der Landschaft, also mit zahlreichen neuen Windrädern. Abstandsregeln sollen teilweise verringert werden, Abstandsgrenzen. Es soll offenbar ein super Durchgriffsrecht geben, dadurch, dass das eben ein besonderes, ein überragendes öffentliches Interesse haben soll. Also auch Gerichte sollen leichter zugunsten von Ausweisungen von Regionen entscheiden sollen, auf denen eben Photovoltaik und Windräder entstehen sollen. Er sagt, diese ganze Transformation muss eine küchentaugliche Debatte werden. Das heißt allerdings auch, ein Streit über die Kosten dieser Klimapolitik soll und wird nun auch an den Küchentisch einziehen. Und wir haben jetzt schon eine sehr erhitzte Gesellschaft und sollte sich herausstellen, dass das eben nicht so läuft, wie sich Habeck das vorstellt, dann werden wir auf diesem Feld also neue, große gesellschaftliche Konflikte erleben. Herr Rogani, wenn es nach Wirtschaftsminister Habeck geht, sollen bis zum Jahr 2030 80 Prozent des benötigten Stroms durch Wind oder Sonne erzeugt werden. Bislang lag die Zielmarke ja bei 65 Prozent. Ist es machbar oder eher Augenwischerei? Was meinen Sie? Also technisch ist es auf jeden Fall machbar. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass weltweit global eine unglaubliche exponentielle Dynamik in einem Ausbau erneuerbaren Energien stattfindet. Und das ist keine Frage der Grünen mehr. Also ich würde davor warnen, immer wieder das Thema den Grünen in die Schuhe zu schieben. Wir sind im globalen Wettbewerb und die Länder wie China, USA, Japan, Indien, all diese Länder bauen massivs erneuerbare Energien aus und holen sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil dahingehend, dass sie nicht auf die Rohstoffe aus Russland oder aus den arabischen Staaten angewiesen sind. Und diesen Vorteil erarbeiten wir uns dadurch auch. Denn wenn Sie sich jetzt mal die Energiepreise der letzten Monate anschauen, ist es auch ein Ergebnis der fossilen Energieversorgung. Und Sonne und Wind kriegen wir kostenlos geliefert. Wir müssen nur die Investition der Anlagen zahlen. Für die Brennstoffe zahlen wir nichts mehr. Also es wird Deutschland langfristig auf jeden Fall den Wohlstand sichern, viele Arbeitsplätze schaffen. Und für die Haushalte gibt es auch eine gute Nachricht. Ab kommendem Jahr wird es im Durchschnitt etwa 300 Euro Entlastung geben, dadurch, dass das EEG künftig über den Steuerhaushalt und nicht mehr über die Umlage der Verbraucher abgerechnet wird. Herr Kessler, was glauben Sie, wird die Bevölkerung denn mitziehen? Robert Haberck hat gestern gesagt, das, was wir momentan beispielsweise an Windrädern sehen, sind 0,5 Prozent der Fläche Deutschlands. Aber zwei Prozent der Fläche Deutschlands werden benötigt, um die Energiewende zu schaffen. Da kann man sich vorstellen, wie viel da noch dazukommen muss. Viele sagen natürlich, aber nicht in meinem Vorgarten. Glauben Sie, dass es in die Bevölkerung mitgeht? Das ist genau die entscheidende Frage. Es gibt ja auch schon Widerstand aus der bayerischen Regierung, beispielsweise aber auch von Naturschutzverbänden, die sich mit dieser, aus ihrer Sicht, Verschandelung der Natur nicht einverstanden zeigen möchten. Ich bin jetzt auch nicht ganz so optimistisch, was meinen Vorredner angeht, was die Energiekosten angeht. Wir sehen gerade auch, was China, Indien, Russland angeht, dass dort auch in Kohle- und in Urankraftwerke investiert wird. Es werden Kosten auf den Einzelnen auch zukommen, auch durch die energetische Bausanierung. Das gibt es nicht zum Nullsummentarif. Wir werden alle dafür Zahlen haben und zu Zahlen haben. Und Frau Baerbock hat im letzten Jahr gesagt, das fand ich ganz interessant, Transformation ist eine Mammutaufgabe, die uns als Gesellschaft einiges zumuten wird. Man wird diese Zumutung, befürchte ich, eben auch im Portemonnaie spüren und auch teilweise in Auseinandersetzungen vor Ort. Man kann sich natürlich nur wünschen, dass das alles gut läuft. Aber ich bin da momentan wirklich sehr skeptisch und halt Teile der Ziele verüberambitioniert. Herr Rogani, Sie haben gerade angesprochen, dass wir uns natürlich mit diesem Plan unabhängig machen wollen von unseren Nachbarländern, von anderen Ländern, damit Deutschland eben die Stromversorgung selber sicherstellen kann. Glauben Sie, dass die Maßnahmen da ausreichen werden? Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Wege. Und die Frage ist immer, was ist die Alternative? Sollen wir das bestehende System beibehalten und unsere Klimaschutzziele nicht erreichen? Das ist ja keine Alternative. Also ich erwarte von jedem, der das kritisiert, dass er auch ein Alternativkonzept auf den Tisch legt. Und so ein, wie bisher weiterzumachen, wäre ein irrsinniger Weg. Das wäre die Sackgasse. Denn wie gesagt, klar ist, dass auch die anderen Länder mit Atomkraft und Kohlekraftwerke weiterhin ihre Energieversorgung auch ausbauen. Aber der Anteil der erneuerbaren Energien ist deutlich größer als die anderen Energieträger. Und die Energiegestehrungskosten über Solar und Wind sind inzwischen die günstigsten Energiequellen auch in Deutschland unter diesen klimatischen Bedingungen, die wir hier haben. Also ich würde jedem empfehlen, auch meinen Vorredner, sich die Kosten und die Zahlen genauer anzuschauen. Es ist nicht in Ordnung, die erneuerbaren Energien als teuer darzustellen. Es ist eine Transformationsaufgabe. 75 Prozent der Bevölkerung wünscht sich die Energiewende. Und dann müssen wir auch handeln und müssen auch unsere Wirtschaft für die Zukunft sichern, indem wir uns, was die Energieversorgung, was aber auch die Produkterneuerung, die Produkttransformation angeht, auf klimaneutrale, klimafreundliche Produkte uns hin entwickeln. Ansonsten werden wir als Exportnation in den nächsten Jahren unsere Produkte auf den globalen Märkten nicht mehr verkaufen können, die will keiner mehr haben. Weil Alternativprodukte aus USA, aus China, aus anderen Ländern in der Lage sind, uns dort zu überholen. Was schon zum Teil in einigen Branchen auch passiert. Herr Rogani, Herr Kessler, vielen Dank für diesen kleinen Schlagabtausch. Und die Prügel, die Herr Habeck dabei einstecken musste vonseiten von Herrn Kessler, waren natürlich nur comichaft gemeint. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und jetzt rechnen wir es doch mal durch. Nena Schenk ist bei uns, unsere Kollegin. Was kosten die Pläne? Hallo Thomas, ja erstmal schön, dass ich bei euch beiden sein darf. Ja, die Pläne sind schon ziemlich teuer, das muss man sagen. Ich fand das übrigens eben sehr spannend zwischen Herrn Rogani und Herrn Kessler, weil man da genau die Diskussion gesehen hat, die wir gerade führen, auch auf einem sehr guten Niveau. Die Pläne sind super teuer. Der Klimawandel ist selbstverständlich, was ja auch Herr Rogani gesagt hat, die größte Herausforderung unserer Zeit. Aber wie teuer die Pläne von Herrn Habeck sind, das möchte ich jetzt gerne mal mit euch teilen. Es sind nämlich 50 Milliarden, kann man sagen. Und zwar hat der Chef des Steuerzahlerbundes, das habe ich euch mal mitgebracht, die Zahl Rainer Holznagel hat heute in Bild verkündet, wir haben es ja auch auf Seite 1, ich fürchte, auf uns wird jährlich ein mittlerer bis hoher zweistelliger Milliardenbetrag zukommen. Ich gehe von einem höheren aus, ich würde 80 Milliarden sagen und das können wir ja mal runterrechnen. Also ganz praktisch, wir sind 80 Millionen Bundesbürger, kann man sagen, 80 Milliarden. Das heißt, das wären dann pro Kopf, wenn man es so runterbricht, einfach wären es 1000 Euro im Jahr. Solardachpflicht hat Robert Habeck ja auch angesprochen für die Verbraucher. Was bedeutet das? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da, ich schätze auch dank der FDP, eine ganz gute Lösung auf uns zukommen könnte, weil die Solardachpflicht soll in der Regel erfolgen. Das bedeutet aber nicht auf jedem Dach, also sehr schwammig im Koalitionsvertrag ausgedrückt. Kann also bedeuten, dass zum Beispiel bei Industriegebäuden die Pflicht kommt. Das finde ich persönlich aber auch richtig. Das heißt für Neubauten dann? Für Neubauten, dass dann die Pflicht bei Industriegebäuden kommt. Ich finde das persönlich sehr richtig. Ich finde es sogar auch richtig, dass auch aufgerüstet wird auf Industriegebäuden, weil das ist Nutzbau. Wo ich sehr vehement dagegen bin und was ich auch glaube, was es mit der FDP als Koalitionspartner niemals geben wird, ist Solardachpflicht auf jedem Bau, also auf Einfamilienhäusern. Das ist ja immer so ein Schreckgespenst, kriegen wir eine Solardachpflicht auf den Einfamilienhäusern, das glaube ich in der Koalition nicht. Deswegen wird auch gesagt, auf allen geeigneten Dachflächen will Habeck künftig Solaranlagen installieren. Also man muss jetzt nicht um sein Einfamilienhaus Angst haben, dass morgen da ein Solardach draufkommt. Die Sonne ist das eine, der Wind das andere. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die Akzeptanz ist dann nicht so groß, wenn man selber in der Nähe eines Windrads wohnt. Werden diese Pläne vom Winde verweht sozusagen? Thomas, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich richtig Temperatur drauf habe. Und zwar ist es das. Ich finde nämlich schon, dass was Habeck da vorgeschlagen hat, man muss nicht jeden einzelnen Punkt kritisieren. Das ist aber ein Punkt, den es für mich zu kritisieren gilt. Es wurde ja eben schon angesprochen, auch von Herr Kistler, wir wollen jetzt auf 80 Prozent Ökostrom. Ökostrom wird gewonnen aus Wind und aus Solar. Das bedeutet aber natürlich, dass wir Windkrafträder ohne Ende bauen müssen. Ich wäre hier für Windparks, wo man am Ende sogar noch näher zu neuen Träger Wasserstoff kommen könnte. Aber wie es bei Habeck klingt, ich habe es euch einfach mal mitgebracht, ich finde, man merkt es dann mehr. Für den exzessiven Windkraftaufbau will Habeck die bestehenden Abstandsregelungen zwischen Wohnbebauung und Windrädern verringern oder gar abschaffen. In Habecks Worten gehe es etwa bei Windkraftprojekten um Beeinträchtigungen der Anwohner durch Emissionen, Sichtbeschränkungen oder Geräuschen, würden diese Schutzgüter künftig nachrangig behandelt werden. Dann kann auch zügiger genehmigt werden. Wenn ich das jetzt mal plakativ ausdrücken darf, das ist eine Teilenteignung des Bürgers, weil er eigentlich völlig irrelevant ist, wie nah das Windkraftgrad gebaut wird. Und deswegen muss ich sagen, muss da wirklich die Grünen und auch Herr Habeck müssen da mal wieder ein bisschen realitätsnah werden. Man kann nicht einfach jedem Bürger vor sein Haus und Windkraft bauen. Vor allem, weil auch da die Frage ist, wie gut funktioniert das auch. Also deswegen möchte ich plädieren, weil da hat Herr Rogani recht, immer nur kritisieren ist schwach. Man muss ja auch sagen, wie wir den Klimawandel schaffen, den gilt es zu schaffen. Ich wäre für Windkraftparks, wo wir dann direkt auch mehr haben. Ich bin für erneuerbare Energien, aber nicht mit der Gießkanne. Aber die Umsetzung, die muss ja dann natürlich auch realisierbar sein. Ja, Habeck hat gesagt, es fehlen so viele Flächen. Drei Viertel der Flächen, die benötigt werden, die fehlen noch. Ja, da muss er sich da ein Konzept überlegen. Es kann aber nicht sein, dass jeder Bürger ein Windkraftrad vor die Tür gebaut wird. Das ist eine Teilenteignung. Und ich glaube schon, dass man diese Windkraftparks umsetzen kann. Ich bin halt der festen Überzeugung, die Frage ist ja, die wir uns gerade stellen müssen. Wie praktikabel ist es denn? Also ich möchte jetzt nicht das Fass Atomenergie aufmachen. Aber wir müssen uns da schon ein bisschen ehrlich machen in der Klimadebatte. Und deswegen glaube ich auch, dass das Ökostromkonzept, so wie er sich das vorstellt, nicht funktionieren wird. Ich bin auch mal gespannt, ob seine Koalitionspartner das zulassen. Weil da geht es ja auch um den Artenschutz zum Beispiel auch. Und ich meine, die Grünen ja stehen ja immer für Diversität und Vielfalt. Ich finde, das sollten Sie auch bei den Windrädern jetzt beachten. Da hat er eine ganz witzige Aussage gestern Abend in den Tagesthemen gemacht. Wenn zwei Prozent der Fläche also mit Windrädern bebaut werden, dann sind immer noch 98 Prozent für Menschen und auch Fledermäuse und Kröten da. Jedenfalls riesige Herausforderung. Und der Spagat, den Habeck leisten muss, ist in der Beschreibung seines Ressorts eben Klimaschutz und Wirtschaft sozusagen schon angelegt. Danke für die Einordnung, Nena. Danke euch beiden.